Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um die Lufthansa. Dort gibt es heute massive Flugausfälle durch Probleme in der IT. Es wird um FTX und Spenden an Kongressmitglieder gehen. Auch BYD wird heute dabei sein. Es sollen nämlich neue Batteriefabriken geben. Kering konnte mit Gucci nicht wirklich überzeugen. Die Zahlen wurden heute vorgestellt, genauso wie die Zahlen von NKWIS. Die konnten die Gewinne deutlich steigern und zuletzt schauen wir uns dann auch nochmal Elmos Semikandaktor an. Dort sieht es nämlich sehr solide aus. Fangen wir direkt an mit der Lufthansa, denn man hat einen sehr gravierenden IT-Ausfall. Viele Flugzeuge bleiben aktuell am Boden seit heute Morgen. Man hat nämlich Probleme mit dem Computersystem, unter anderem mit dem Computersystem für das Boarding. Das ist aktuell nicht betriebsbereit, das heißt also schlichtweg man kann kein Boarding betreiben. Man arbeitet aber intensiv an einer Lösung, das hat die Lufthansa-Sprecherin in Frankfurt mitgeteilt. In der Lufthansa-Zentrale ist auch ein Krisenstab zusammengekommen. Die Folge ist zumindest bisher noch relativ unbekannt. Man weiß also noch nicht, wie viele Flüge jetzt verspätet sind oder eventuell sogar ganz ausfallen. In München, aber auch zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, stauen sich aktuell wohl sehr viele Passagiere und auch Fluggüste. Das Problem liegt aber nicht nur da, sonst hätte man das Ganze vielleicht auch mit einer Strichliste machen können. Das wurde zumindest gemunkelt. Allerdings funktioniert auch das nicht, weil trotzdem weitere wichtige Informationen zum Abflug fehlen. Das heißt also, es scheint so, als würde das ganze System etwas lahmlegen. Damit kommen wir jetzt auch zu FTX und vielen Spenden an US-Kongressmitglieder. Denn es ist so, dass an gut ein Drittel der US-Kongressmitglieder Geld gespendet wurde. Und zwar von Führungskräften von FTX, unter anderem von Sam Bankman-Fried. Er war aber nur der zweitgrößte Spender. Insgesamt wurden 40 Millionen US-Dollar gespendet. Vorrangig an Politiker der US-Demokraten, allerdings auch an Republikaner. Insgesamt haben 196 Mitglieder Geld bekommen. Unter anderem wurde vom Ryan Salame, also dem Co-CEO von FTX, an 93 Mitglieder was gespendet. An 58 Politiker wurde was von Sam Bankman-Fried gespendet. Und auch noch an 53 von einem ehemaligen technischen Leiter von FTX. Die Frage ist jetzt, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Denn das Problem ist, viele Politiker möchten das Geld eigentlich gar nicht mehr haben. Weil es halt letztendlich so ein bisschen schmutziges Geld ist. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Die Plattform ist insolvent gegangen. Und es gab dort auch ziemlich viele Sachen rund um den Betrug. Und genau das ist jetzt das Problem. Viele Politiker haben wohl das Geld schon zurückgegeben. Einige möchten sich dazu bisher zumindest noch nicht äußern. Andere haben schon angegeben, dass sie es gerne zurückgeben würden. Allerdings ist es keine Möglichkeit, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt gibt, das Geld zurückzugeben. Weil das Geld von FTX halt schlichtweg eingefroren ist. Ihr könnt natürlich auch gerne mal die Podcasts bewerten. Das wollte ich gerade nochmal loswerden. Würde uns auf jeden Fall freuen. Natürlich vor allen Dingen 5 Sterne. Aber ihr könnt dort auch einfach gerne bewerten, was ihr denkt. Würde uns trotzdem freuen. Egal jetzt, ob bei Spotify, auf Apple Music, beziehungsweise Apple Podcasts oder sonst wo. Wollte ich nur einmal erwähnen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne mal machen. Und damit kommen wir zu BYD. Es gab an den letzten Tagen immer mal wieder neue News zu Blade Batterien, beziehungsweise zu Werken. Dort gibt es jetzt nochmal etwas ausgeführtere News. Es ist so, dass BYD wohl eine neue Fabrik bauen möchte. Insgesamt soll wohl eine 40 Gigawatt Produktionsstätte aufgebaut werden. Also mit einer Kapazität von 40 Gigawattstunden. 8 Milliarden Yuan wird das Ganze kosten. Rund 1,1 Milliarden Euro. Das neue Werk soll in Xenxu, also der Hauptstadt von Henan, auf einer Fläche von 115 Hektar entstehen. Die 40 Gigawattstunden Produktionskapazität beziehen sich dabei natürlich nicht auf die Anfangsproduktionskapazität, sondern das Ganze soll dann später ausgebaut werden. BYD möchte gerne schnell anfangen, dort Batterien herzustellen. Das heißt also, es wird wahrscheinlich klein aufgebaut, dann schon angefangen herzustellen. Und dann wird das Ganze immer weiter erweitert. Das ist jetzt auch das dritte Batteriewerk, welches seit November für China angekündigt wurde. Unter anderem sollen die Blade Batterien ja auch an andere Kunden verkauft werden. Und das könnte jetzt unter anderem eins der Werke dafür sein, welches dafür halt gedacht ist, die Batterien zu verkaufen. Das wird zumindest ein bisschen spekuliert. Ob das jetzt so ist, ist natürlich eine andere Sache. Fest steht aber, dass dieses Werk kommen soll, dass man seine Kapazität generell erweitern möchte. Natürlich Punkt 1, weil man selber sehr viele E-Autos herstellt. Aber halt eben auch, weil die Blade Batterien auch an andere Kunden verkauft werden sollen. Und dafür braucht man selbstverständlich auch Kapazität. Damit kommen wir jetzt auch zur nächsten Aktie und zwar Kering. Dort muss man nämlich einen Umsatzrückgang verkraften. Vor allen Dingen auch bei Gucci. Gucci, die Kernmarke, die eigentlich immer relativ gut performt hatte, ist nicht wirklich gut gelaufen. 14% weniger konnten im Schlussquartal umgesetzt werden. Unter anderem ist das auch auf die Pandemielage in China zurückzuführen. Andere Marken, wie zum Beispiel Yves Saint Laurent oder auch Bottega Veneta, konnten dagegen relativ stark performen. Auf Konzernebene ging die Erlöse von Oktober bis Dezember trotzdem um 7% auf 5,28 Milliarden Euro zurück. Das ist etwas weniger, als die Analysten erwartet hatten. Die hatten immerhin noch mit 5,48 Milliarden Euro gerechnet. Auf Jahressicht konnte der Konzernumsatz dagegen organisch um 9% wachsen und zwar auf 20,35 Milliarden Euro. Der operative Gewinn kletterte trotz einer niedrigeren Marge von 27,5% um 11% auf 5,59 Milliarden Euro. Die Marge von Gucci sank auf 35,6%. Man hat allerdings auch angekündigt, dass man schon sehr, sehr hohe Investitionen fürs zukünftige Wachstum getätigt hat. Und deswegen geht man davon aus, dass in der nahen Zukunft das Wachstum auch wieder anziehen wird. Es wird übrigens eine Dividende ausgeschüttet von 14 Euro. Im Vorjahr waren es noch 12 Euro. Zumindest wenn das bestätigt wird, da sollte aber nichts im Weg stehen. Damit kommen wir zu Encavis. Denn man konnte eine Umsatz- und Ergebnissteigerung im vergangenen Jahr nicht nur erreichen, sondern auch die eigenen Erwartungen deutlich übertreffen. Insgesamt konnte man die Stromproduktion steigern, also aus erneuerbarer Energie und einen Eigenbestand im Gesamtjahr 2022 aufbauen oder einen weiteren aufbauen. Um 14% konnte das Ganze gesteigert werden auf 3.133 Gigawattstunden. Der Umsatz kletterte nach den zumindest vorläufigen Berechnungen um mehr als 44% auf 480 Millionen Euro. Damit liegt man weit über den, was man in Aussicht gestellt hat. Das war noch 420 Millionen Euro. Das operative Evita stieg auf rund 340 Millionen Euro. Auch hier ist man weit über den eigenen Schätzungen. Die lagen bei 310 Millionen Euro. Im Übrigen im Vorjahr war man bei etwas mehr als 256 Millionen Euro. Wie gesagt, hierbei handelt es sich allerdings erstmal um die vorläufigen Zahlen. Das heißt, da kann sich noch leicht was ändern. Und damit kommen wir zur letzten Nachricht und zwar zu Elmars Semikandaktor. Die können nämlich wohl zumindest, wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass sie es auch erreichen, im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 560 Millionen Euro erreichen. Das wäre ein Wachstum von mindestens einem Viertel. Der Vorteil ist aktuell, dass man einen sehr großen Auftragsbestand hat und natürlich auch die dafür gebrauchten Kapazitäten. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll dann bei 25% plus minus 2 Prozentpunkte liegen. Kommen wir jetzt mal zum Geschäftsjahr 2022, also zum abgelaufenen. Man konnte einen Rekordumsatz erreichen. Die Erlöse stiegen um 39% auf 447,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte auf 110,1 Millionen Euro nach 60 Millionen Euro im Vorjahr. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken natürlich auch. Würde uns alles freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.